Hallo Leute, ich begrüße euch auf meinem Was-Git-In-Kanal und heute spielen wir da schnell zum Jahreswechsel 1, The Horror-Game. Mal schnell in die Options gehen, den Sound gleich ein bisschen runterdrehen, damit ihr mich auch hört. Tügel, spielen wir normal, und los geht der Spass. Ich möchte nur über den Spraken-Business sprechen. Ich habe es schon seit einem Jahr gecheckt. Du könntest die letzten 20 Packs auf der Front-Door holen. Noch was? MAKE A MAP, THAT PLACE IS GROSS, THAT PLACE IS GROSS, HUGE. Das soll also in der Map machen. Blöbel nochmal, find 20 Money, wenn wir sie 20 Geldbeutel finden. Na, danke für das Gespräch. BIDEN, NIR RENK, TÜL, VIEA, TÜL, HALT DIR, и КАН. Eins, NIR RENK, TÜL, VIEA, TÜL, WIEW, ZILE IT, TÜL, HALT DIR, WIEW, ZILE IT, TÜL. War von? Nein. Schuh. Aha. Jo. Press. Push the door to open. Aha. Netbiller. Wo sind wir? Ah. What's that? Press Q to see. Jo. Ich bin das mal nicht verwirrenbar. Guck mal da raus. Hallo? What? Was war das? Oh. Viel Tür. Ich hab... Keine Ahnung wo wir hier sind. Hilfe. Oh. Geld. kält. Zwei. Drei. Scheiße. Wo sind wir hier? Könnt ihr euch gerne herunterladen? Alles in der Videobeschreibung. Ich mach mal hier ein Map. Jo, wenn ihr seht jetzt auf den X-Ware, also unterstanden, das ist wirklich ja viel Müll. Und Geld. Wo ich was öffnen? Ah, Geld! Her mit dem Zasch da. Kann man was aufmachen? Nein. Hier war es ein Schnitz. Oh, feigisch. Lass mich raus. Es klappert. Was ist denn das? Ein Nagel in der Wand? Nein, nein. Oh, cool. Was ist eigentlich so? Habe ich keine Ahnung. Ah, jetzt sind wir hier. Sind wir durch die Liner gekommen. Run! Oh Mann! Ah! Was? Warum? Ah ne, wir wollen anfangen. Ohhhh! What the fool! Shit! Warte, war da jetzt vorher noch ein Geldsäckchen? Mist! 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 Jo, hau an! I can't leave yet. I need... Aha. Also, ich kann ja nicht abhauen. Weil da muss ich erstmal was finden. Oh, Cash! Ohhhh! Ja, wenn ich nur was verplanen hätte, was... Jo, ja. Geld! Alles her mit dem Zerstahl, Leute! Geld kann man immer gebrauchen. Macht's ja nicht glücklich, aber... Man kann sich viele schöne Dinge kaufen. Essen! Oh, ich freu mich schon. Ah, nur ja. Jetzt haben wir Schwarzwälder. What? Schwarzwälder! Lecker, lecker, lecker Schwarzwälder! Ah, da freu mich schon drauf. Njam, 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 njam. Ein ganzes Schwarzwälder, nur für den Rostigen. War hier vorher nicht noch ein Geld? Ah! Vor allem war hier noch ein Geld, oder? Ein Geld. Ein Geld, zwei Geld... Mir gefällt's wirklich sehr, sehr schön. Macht's Spaß. Wie gesagt, spiel's mal selber. Zwischendurch... Magic. Und ja, da bin ich halt da. Und da waren wir... Auch... Hier waren wir noch nicht. Doch... What? Ja, Leute, ich muss gestehen, ich habe hier irgendwie die Orientierung verloren. Hier waren wir drin, hier waren wir drin. Dann doch rechts. Uh! Da werden die Räume auch alle immer gleich aussehen. Ne, hier war das Klavierzimmer. Im Klavierzimmer waren wir. Hier... Hier... Geld... Ist noch ein Auge irgendwo an der Wand? Ah! Spaceman Key Phone! Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Ah! Ja, Ron! Wenn sie grad ins Eck kommen, wo soll ich hinrennen? Leute! Das war ja wohl nicht, ne? Haifisch nochmal! Bin so doof hier! Ja... Ja... Aber was ich gut finde... Ich bin so doof hier... Hehehe... Die Cash ist weg! Sieht ziemlich russisch aus! Muss ich sagen... Mit der... Sah es aus wie kyrillisch? 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 Ja... Nu... Sind keine Sägel hier mit denen, ne? Dass nicht immer alles gleich ist. Ich werd mal sagen... ... wir schauen uns was anderes an und gehen mal da runter. Was ist denn unsere mit dem Keller? Nen Haufen? Sieht aus wie ne Schildkrölle. RON 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 RON! Du siehst mich nicht, du kriegst mich nicht. Du weißt? Ich renne hier, ist das reiner bei dir, Kollege. Mist, 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 Mist. Ich bin so schlecht. Ich glaube, es fühlt mir leider, dass ich so schlecht bin. Aber es muss ja auch, ich geh mal hoch. Nicht so gute Spieler geben, die sich aber Mühe geben und Spaß dran haben. Das sage ich, ich will damit euch sagen. Habt den Mut des Spiels auch mal. Es können nicht alle perfekt sein. What? Hauptsache man hat Spaß. Und ihr seht ihr was ist. Das sind die ganzen Sachen Spaß haben. Oder? Ja. Er hat wucht. Was wucht da unten? Ah! Ah! Ich habe mir vor wie das Opa Jäger im Raumschuss sitzt und da durchfliege. Gibt es vielleicht noch ein Gimmick? Aber das fand ich jetzt nicht schlecht. Oder? Also hier waren wir, 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 hier waren wir. Ich habe keine Ahnung mehr. Mal auf die Map schauen. Ja, wo sie mir Wasser haben. Ja, Wasser haben. Ah, da sind wir hergekommen. Richtig. 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 Ah, da hinten ist ein Auge. Da habe ich irgendwo zerstört. 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 Hier wackelt schon wieder alles. Oh. Ja, russisch. Russisch. Ja, wir können auch springen. Yeah. Cool. Was man alles nicht so rausfindet, gell? War hier noch eine Tür? Nö. Ah doch hier. Look, find the combination. Wo ist die Kombination? Schick. Oh, diese Musik. Hilfe! Warum? Ich glaube, ich bin auf Casual. Vielleicht habe ich dann mehr Chance. So Leute, ich bin halt der absolute, die absolute Luschsperne. Ich probiere es mal jetzt auf. Oh ja. Für ganz blinde. Jawohl. Weil ich möchte das Spiel jetzt wirklich mal schaffen. Also. Oh ja. Oh ja. Man sieht schon. Für Hohlbeine wie mich. Machen wir das Spiel hier die Säkelchen erleuchtend. Sie erleuchtend. Die Säcke. Die Säcke, du Sack. Also. Jetzt gehen wir links. Ah. Seht ihr. Damit auch blinde diese Säcke finde. Also wie gesagt, das Spiel gefällt mir ja eigentlich. Nicht eigentlich. Gefällt mir wirklich gut. Und vielleicht schaffen wir es jetzt. Also wenn ich es auch auf dem leichten Ding nicht auf die Reihe kriege. Dann. Da weiß ich auch nicht. Und probiere es halt. Das nächste Mal beim anderen Spiel. Moment. Bisschen links. Ah. Zwischen links und rechts. Ah ja. Dann hier noch ein. Dekker Brothers. Und Geld. Und Geld. Und Geld. Und Geld. Und Geld. Sonst war hier nichts. Auch kein Auge. Kein Auge. Okay. Waren wir hier schon drin? Ah. Hier gibt es auch den Schlüssel. War hier nicht einmal den Schlüssel? Nö. Siehst du mein englischer Schlüssel nicht? Aha. Seht ihr. Da habe ich es recht mal nicht gesehen. Weil da war gar kein Schlüssel. Aber das ist schon mal eine Spanke. Ich schaff das einfach nicht. Ich schaff das sowieso nicht. Hahaha. Einmal probiere es doch. Einmal. Das finde ich echt gut, dass es immer neusig ist. Ich geh noch mal in den Keller. Ist hier irgendwas? Oh, ein Auge. Da hinten ist Geld. Und hier ist Geld. Hier oben ist nichts. Hier ist der Zasta. Jetzt wird sie gleich wieder kommen und ich bin für ein Popesnee. Geld. Hallo? Oh, war hier noch was? Nein. So gut war ich noch nie, ne? Warum auch immer? Wahrscheinlich, weil es für Mega-Anfänger spielt. Ja. War da ne Ratte. Spätestens wenn es wieder ans Rennen geht, werde ich wohl wieder versorgen. Ich glaube sie hat es aufgegeben. Elf von zwölf. Oh, danke. Tja Leute. Wohin? Ich würde sagen, das war es mit Ice The Horror Game. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es auf zwei Stufen versucht zu spielen. Habe es natürlich nicht geschafft, weil ich nicht löschen bin. Aber macht ja nichts. Hat Spaß gemacht. Und das kommt so weit. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr 2017. Habt euch lieb. Haut euch nett. Trinkt nicht zu viel. Brot stark Böller. Genießt den Jahreswechsel. Und wir sehen uns dann wieder hoffentlich gesund und munter im neuen Jahr. Und vielen Dank für alles fürs Zusehen, für meine Abonnenten, für die Neuen, für die Alten. Und wir sehen uns dann guten rund. Jo, vielen glücklicher Arbeit. Das wars. Bis zum nächsten Mal auf deiner Woche brauchst du den Kanal. Tschüß